Nun wird er Sie heute Morgen kennenlernen. Du wirst sicher müde sein von der Reise. Was, Andrea? Kommt hin. Aber dürfen Sie nicht antun, meine Mäheke, mal? Hat sie gerichtet, kleines bisschen Essen zur Begrüßung. Das selbe. Was? Essen? Junge, nein, ich muss viel essen. Bitte schön. Komm doch, Sie meinen es gut. Das ist ungarische Gastfreisch. Bitte schön. Eterka, setzen Sie ihn. Ich tue den kleinen Erfrischen. Na komm, Andreas, komm. Bitte. Das sind wir. Na, bereust du noch, Andreas? Wir sind viele.